... in dem Ausmaß ungewohnt und läuferlich ist. Ja, das sage ich doch. Mit einem Ausritt hier und da und da nach Berlin und von unserem Lohn kommst du nicht weit. Deshalb habe ich mir auch was überlegt. Ja, da bin ich immer gespart. Ich werde P.O. schon jetzt in die Praxis einbinden und damit auf Halbtags runterfahren. Halbtags? Ja, als Einstieg in den Ausstieg für das letzte halbe Jahr, um sich an das Rennblatt-Aasein zu betrinden. Hm? Erst dann Verkaufende in die Praxis. Hm? Was sagst du? Ist das ein fairer Kompromiss? Ja.